K das ist super ein Künstler steht von der Tür ja ich habe habe ich doch gemeint dass das die Partie fort ja wahrscheinlich kommt es wird wohl gut ein Tafak ist das nicht der Typ der mir 50 Trader Pässe gekauft hat ich habe geschrieben ich habe das Haus geöffnet also er ich habe mir gar nicht es ist ja auch wieder steigt der Punkt weißt du doch Schleichwerpunkt steigt sich überall hasse ich auch ja und du meintest ich sollte das Haus ich die Luft ja und was jetzt ja nicht und so ist es wird daneben oder ich hab's wenigstens nach haus geschafft mit auch machen auch ich will nicht guck ich bin genau am Haus das ist jetzt unfair n wunderschönes gelettet erfreut okay ich glaube ich bin jetzt die kurzen letzte Folge auch weil mich hier alles werfen mit Geld dann sag ich dir das kürzische verschillende halbe Stunde aufnehmen und dann nervt die nicht mehr also kann ich mich jetzt damit heißen aber jetzt der KD ich habe kein Wort noch mal zu laufen also ich habe ein Punkt gesetzt ich habe das Ding schon in der Weile zu finden immer kommt jetzt ständig weil ich nicht ständig so steht nicht klar wer muss ich jetzt schon das dritte Mal wir werden wir die ganze Zeit empfiehlt wir wollen ist ich habe ich will nicht so viel verloren n Prozent es tut mir leid da ich kann hier gar nichts machen wieso hast du die Kiste etwa was das mit den Kisten gemacht ich weiß genau was ihr was damit gemacht hast ich hab sie reingestellt ins Haus vielleicht ich glaube der zweite der zweite Part ist jetzt gleich vorbei zweite das wird schon auch so ja wenn 20 Minuten die Beine werdet die 20 Minuten Passhochland ist jetzt der zweite vorbei bei ihr aber 15 Minuten Prozesse sonst habe ich zu wenig die ja das habe ich dann auch also ich hätte ich hätte sagen wir verabschieden und jetzt erst mal oder da sonst die Jörg durch um mehr die Artikel können ich wollte eigentlich jetzt nur noch mal wie lange darf man eigentlich auf YouTube pro Plan ohne Dings ich hab mir das so wie wenn man so ist und groß wie ich dann und dann kommt auf die Gitarre kann man unendlich machen wenn man nicht so und wenn man nicht so gut ist dann nur 15 Minuten oh scheiße das ist wahrscheinlich wenn wir 15 Minuten okay das ist natürlich schlecht ach so an alle die die IP hier sehen wollen ja ihr könnt darauf nicht join das war ich doch draußen bei dir warum ich so weit ist eigentlich an die ja ich glaube schon die Leichter die Fächer Scheiße also ja er können wir gleich wieder bannen da habe ich fast in deinem Bieter und ich ist es hat dann video da ich was in deinem Video über meine Videos erzählen siehnt ne ja doch er hat es ist der Leistung der wird entweder heute um 18 Uhr kommt oder morgen mit Christoph also mit einem Freund muss noch sehen zum Beispiel das ist nicht so gut bei dir bei dir du hast du schon nicht so viele Prozent du hast du nicht so viele Computer Prozess in der Klasse ich habe ich nicht in überhaupt nicht bei mir haben als die meisten so keine Ahnung die Gegner bei Referaten geben die dann Google Bilder als Quelle an und dann obwohl schon Millionen gesagt wurde in der sie hatte wir haben letztes ein Referat gemacht in der Arten überschlagen dann habe ich ein Wendem auch für Hälfte das Wort installiert das ist nur ein Wendel ich ehrlich gesagt gemacht doch ohne Scheiß habe ich will ich gemacht und er das heißt es ist für das Referat bekommen haben 1 Mann ja das heißt er hat er nicht nur in diesen Diensten ein Jahr zwei Bilder von Christoph und Sonsten die andere Bilder aber ja er hat und muss auch machen die Lehrer sehen das Bild also an unserer Schule M also der Sportlehrer also der Sportlehrer der ist jede Woche krank das ist die die Galle Prozent dann also Donnerstag ist also habe ich nur immer nur zwei Stunden es ist egal zwei Stunden ich darf auch schlafen und muss zwei Stunden ich bin glücklich wenn ich sechs Stunden wo ja das ist bei mir genauso ein Licht früher war es auch so ich hatte nur acht Stunden was ist hässlich ja acht Stunden ja ich ich habe in der Woche zwei Tage also ich habe normalerweise sechs Stunden aber zwei Tage habe ich 8 Stunden ich habe eigentlich auch zweimal 8 also eigentlich habe ich nur sechs Stunden also einmal haben wir Prozent dem WPK also weil Pflichtkurs gibt es bei uns das ist das ist das mehr genau es sich haben wir einmal lang und einmal wegen so um Förder irgendwas das Prozent der Wichter auch rausgegangen was behindert ist nachher es ist eh besser also von daher also falls bei euch an der Schule ist und wenn man so schlecht ist also so viel Glück ist ja ich bin ja auch es war uns auch so bei deutsch war das natürlich so gut in der Schule dass das nicht braucht Hörer er obwohl ich dann muss das mit der Rolle alle sind alle Fluss aus unserer Klasse in der Gegend oder nicht nach Hilfe sondern sich die in die Reise bei Ernst der neunten Klasse also wir haben heute schon gelohnt m ich war schon in der neuen es natürlich ist übersprungen zu und bis zu einem ich was er hätte noch ein größerer Bruder mehr und der wird ja in Berlin also der ist nicht mehr bei uns die und um er hat erneuert der neunten Klasse ist das dann so ein bisschen behindert um das als bei uns ist das so da brauchst du nachher es war ab da brauchst du schon fast nachher es war er ist ja das ist halt eben so dass eigentlich fast jeder der geht also ich gerne oft in der Realschule sich schuldigst du das sage ich nicht er lebt also ich habe es nicht machen ich muss gern es um mich gibt ich mag gymnasium nicht Prozent sei er ist du jetzt Uhr die Strieber ich schaubt schaubt nein ich hab nichts gegen solche also mehr als Gitter manche sich in der Züge auch das volle Trieber ich heute der Stimme eigentlich gar nicht das stimmt eigentlich gar nicht so er ist echt er ist so ich habe sie schon vorhanden gehört dass er wieder auch nicht wirklich viel einfacher ist es ist auch nicht keine Ahnung ich habe ein freut des siebten Klasse ich werde ich habe jetzt einmal wiederholt ja ich habe einmal wiederholt nein ich bin nicht zu dumm für die Schule nur einst wer weiß nein ist ich habe den dritten Kassen wiederholt das ist so ein bisschen länger her Grundschule ja weil ich hatte mir früher einmal den Arm gebrochen und 8 und da ein er musste zuhören das ist jetzt Prozent ja und weil ich dann ja was und er holt bei bei etwas ich habe gerade gar nichts gehört gerade okay weil äh wenn ich das halt so viel versäumt habe und so musste ich wiederholen damit alles wieder gechillt ist und das geilste ist wir haben wir sind jetzt zu okay wir haben elf Jungs in der Klasse die Zolle meine Kraft sind eigentlich alle gechillt die die und dann da haben wir noch fünf aus der Klasse als Mädchen die auch Minecraft spielen die sind alle bei mir Echthin gewesen sie sind Krasch Krasch Schleimhaar schädt in der Daudi Daudi Nein ich habe eine Freundin also Nini das ist mein unsere Klasse ist Fremdwerbock schon wieder Fremdwerbock also kommt an die Unruhe Körbe mit dem Punkt und die Fertigke auf sich und dann nix gegen Leute aus meiner Kasse ein Teil der auch nicht äh bei mir haben sie alle ein von der ich auch und äh mein Lehrer geht so aus der wir haben testgeschrieben machte die überhaupt das war das ja ein Bio-Test mehr die Meere geht raus die dort ein iPhone raus ne guckt so ja auch was die Lösung ja super das heißt was der Testabschnitt war Prozent ich glaubt 2,0 4,4 die Höhepunkt Prozent ja dann würde ich aber auch mal sagen wir beenden zu lassen ich habe es echt gut für die nun ich habe schon eine Hälfte ich habe recht bestätigt und ich nehme schon wieder kann ich das letzte ist die Schulwesen und so ist die letzte Folge naja okay das heißt dann jetzt das war es jetzt selber und Tobi und das war es die letzte Folge der Bewerbsten und Spaß aber auch endlich machen wir nächstes Mal oder noch es tun sich das mal ein bisschen sinnvolleres aber sinnvoller ist ich werde mich aber auch noch erkundigen bei wenn es die Grafiker so schlecht und so aber ich möchte jetzt noch verzeigend wartet ich hab doch was sinnvoll ist getan und zwar das dauert noch ein paar bisschen 1 2 3 4 3 5 es ist ja 8 9 das habe ich heute getan ja das ist gar keine alten Sorte Prozent doch ein Tatsache ich aber das heißt wieder weggelegte sich gelaufen heute als Ende noch jeder war naja das heißt dann das war die drei Minuten hatte auch ich auch noch nach oben okay er wird zu beantworten zu beantworten zu beantworten zu beantworten Worte Worte ich habe noch lange ich werde wir müssen es ja noch ein Minuten machen wollen sonst der Konzert nicht gelaufen dann habe ich auch das habe ich dann habe ich auch noch in neun Minuten Part oder so mit sieben geht als das heißt es wird der Kilder ach scheiße dann sage ich jetzt auch tschüss das heißt die Aufnahme sind abgebrochen naja bei Barth als es jetzt hier noch nicht Ende der Sektion wenn ich dann dann äh was war das jetzt umsonst also dann tschau Vielen Dank.